Hallo ihr Lieben, ich bin Lars von Fabuka und ich habe gute Neuigkeiten für euch, denn gleich beginnt der Countdown zur großen Sommerpreisverleihung 2022 bei Fabuka. Für all die, die es noch nicht wissen, für richtige Hinweise und Problemlösungen gibt es bei Fabuka Punkte und die ersten 100 der Rangliste bekommen alle sechs Monate Preise verliehen. Das sind Preise von unseren Werbepartnern, die werden gestiftet und die wiederum würden sich sehr freuen, wenn ihr ein kurzes Video oder vielleicht ein Foto ihr mit dem Preis machen könntet. Ihr lasst es uns dann zukommen und der Werbepartner kann es dann vielleicht bei sich auf der Seite auch nochmal teilen. Das ist unsere Bitte an die Preisempfänger. Zu den Preisen selbst, für die Platzierung 100 bis einschließlich 50 gibt es einen 10% Gutschein bei uns hier im Shop. Da kommt ihr hin, wenn ihr in der Tabbar auf Shop klickt. Die Preise 49 bis einschließlich 11 sind Sachpreise, die zeigen wir euch gleich hier im Film. Und morgen, ab morgen muss ich sagen, werden wir die Preise für die Platzierungen 10 bis 1 tageweise einzeln vorstellen, sodass am 1. August der Gewinner feststeht und auch der Preis dafür verkündet wird. Und dann wird die Rangliste auf 0 gestellt und dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los bis dann am 1. Februar wieder der Wintersieger gekürt wird. Also in diesem Sinne, schaut euch die Preise an. Morgen gibt es hier Platz 10. Bis dahin. Musik 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 Musik